Schlag den Tapper! 1, 2, 1, stop! Wow, das sieht schon mal ganz gut aus! Der Tapper fäst los! Der hat den Dirk überholt am Start. Die erste Kurve war seine. Aber Dirk gibt sich nichts, der fährt hinterher. Frei sind sie jetzt schon gefahren. Und der Dirk ist ganz, ganz dicht hintendran. Leg ich mich da rein, ganz geschmeidig nach. Oh, der hat mich überholt. Oh, der hat mich abgehängt. Da kommt der Typ von links. Und denkt, dass er mich überholen kann. Ey, er ist verrückt. Der setzt sich im Überholen an. Nein, ich hoffe, der ist, oh Gott. Jetzt hat er fast angerampelt. Das ist wirklich ein total hartes Rennen. Oh Mann, ist das spannend. Ja, das war... Oh, Mist. Jetzt hat er mich abgedrängt. Jetzt hat er mich geholt. Na, warte! Na, warte! Überholmanöver. Oh, meine... Mein Gott. Jetzt ist Dirk vorbei. Aber mit Abstand. Jetzt gibt der Speed. Ist das fantastisch. Es sieht danach aus, dass Dirk den Sieg hier einfährt. Ich finde es klasse. Achtung! Wir gehen gleich erst mal zur Dopingkontrolle. Ich war so gut drauf, war so gut in Kurven. Und das als Fahrradfahrer wohlgemerkt. Der kommt auf einmal von hinten wie so eine Katze. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Und ich habe schon gedacht, deine Karre haben sie gepimpt mit irgendwas. Ich habe die Fahrt genossen, ich habe ein bisschen die Landschaft gesehen. Man hat nach links und rechts geguckt. Nur bei Radio Brocken.